Wir sind die Firma Senftleben aus Oberseifersdorf. Die Firma wurde 2002, also vor 15 Jahren, von mir allein gegründet. Meine Firma ist damals so entstanden, es war damals als Hausmeister und Seniorenservice, da ich festgestellt habe, dass in den ganzen Regionen, was in Dörfern oder auch in Neubaugebieten zum Beispiel, dass für Einzelpersonen, für ältere Leute, sich eigentlich keiner gefunden hat, der mal eine Hausordnung gemacht hat oder mal einkaufen gegangen ist. Diese Arbeiten habe ich damals dann halt durchgeführt. Mittlerweile beschäftige ich zwölf Mitarbeiter. Unser Maschinenpark beinhaltet zwei Großtraktoren, wo wir Hochgras mähen können oder auch die normale Objektpflege, Großflächen mähen wie bei mehreren Wohnungsgenossenschaften oder auch Betriebsgeländen. Die kleinen Traktoren sind für kleinere Flächen, für Privatgrundstücke besser geeignet. Mit den großen Traktoren haben wir noch die Möglichkeit, im Winterdienst tätig zu sein. Also das machen wir auch. Wir haben vier Schneeflüge, davon sind zwei Traktoren und das andere zwei sind Pickups zum Beispiel, mit denen wir den Winterdienst dann durchführen, dort auch wieder für kommunale Verwaltung oder auch für Betriebsgelände im Privatgrundstück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017